Freiwillige vor den Vorhang im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 Unsere Aktion heißt vor den Vorhang. Sie sehen es, wir haben hier einen fiktiven, besser gesagt eigentlich einen effektiven Vorhang, um Freiwillige zu präsentieren, deren Organisationen, deren Engagement und deren Tätigkeit und vielleicht sogar die ein oder anderen Beweggründe. Warum tut man das? Warum tut man sich das alles an und warum macht es einem auch einen großen Spaß dabei? Herr Streiml, der österreichische Seniorenbund, wie groß sind Sie, was machen Sie, was tun Sie? Der Seniorenbund hat ca. 305.000 Mitglieder und ist die zweitgrößte Seniorenvereinigung und wir kümmern uns um die Senioren in unserem Bereich und machen tolle Events, kümmern uns, machen Skifahren, wir kümmern uns und machen Sport, wir machen Veranstaltungen und wir sind sehr gut drauf. Warum engagieren sich auch Senioren freiwillig? Warum gibt es ältere Semester, die sich gerne einsetzen und Zeit investieren? Ja, man soll den Nächsten lieben, wie man sich selbst liebt und die Nächstenliebe, das ist die Basis für die Freiwilligkeit. Die Nächstenliebe ist die Basis für die Freiwilligkeit und diese Freiwilligkeit, dass man die leben kann, muss man sich Ziele setzen und Perspektiven. Die Ziele sind, dass wir, die ältere Generation, die Aufbau-Generation, sie soll anerkannt werden, sie soll geschätzt werden und sie sollen Freunde haben. Und sie will ihnen mitteilen, dass sie noch gebraucht werden und das ist ganz wichtig. Wir selbst, ich komme aus Bad Fischerbrunn und bin Seniorenbundobmann, unsere Seniorenbundgruppe haben wir vor fünf Jahren gegründet. Inzwischen haben wir 150 Mitglieder. Wir werden sehr gut angenommen, wir machen Ausflüge, betreffen uns einmal im Monat bei Kuchen und Kaffee. Wir machen Ausflüge, wir machen Tagesreisen, wir machen Mehrtagesreisen und wir machen auch Sport. Wir haben eine Wandergruppe, wir haben eine Walkinggruppe, wir haben eine Tennisgruppe und wir haben eine Skifahrgruppe. Und wir glauben, wir sind recht gut aufgestellt. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön, Dietmar Streiml. Volunteer. Make a difference. Freiwillig etwas bewegen. Mehr auf freiwilligenweb.at Wir haben andere. Wollen wir uns aufgebaut. Scheiße, ich gebe euch an, ich gebe euch an. Wir kommen zu bald, dass wir heute noch nicht draus. Wir kommen zu bald oder nicht. Wir kommen zu bald. Ich gebe euch herum.